So, wir sind jetzt angekommen in Berlin. Die Zugfahrt war entspannt. Wie soll es auch anders sein? Ich habe nur geschlafen und gegessen. Dominik hat geschafft. Ja, jetzt schauen wir mal. Wir warten gerade auf unseren Abholservice auf dem Marcel. Bis später! Wir fahren jetzt auf jeden Fall in der Garage, wo wir trainieren können. In der Garage? Guck uns auf! Wo wir trainieren können und diesen Content produzieren können. Ja Leute, wir sind jetzt in der Garage hier. Irgendwo und nirgendwo hier in Berlin. So eine private Garage. Richtig geil. Crossfit angehaucht. Ein bisschen Equipment ist am Start. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen austoben. Mal schauen, was wir zustande kriegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und, Meister, wie sagst du? Ja, mir ist alles egal. Ich bin fertig. Schon trainiert? Ja, heute Morgen drei, vier, fünf Mal Vizepro. Wai, 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 wai. So, wir sind jetzt im Airbnb angekommen und ich zeig euch einfach ganz kurz mal, wo wir hier so schlafen und ja, was wir sonst noch so machen. Wir sind eigentlich alle recht gleich aus. Hier ist der Robin. Hier ist der Rambo. Hey! Und Badesinn, da brauche ich mich jetzt nicht zu reden. Küche. Jo. Lässt sich aushalten. Hello, wir sind jetzt bei der Location gekommen. Wir machen jetzt GIFs. Unsere eigenen GIFs. Hände hier und Füße da, so. Schick mal das an. Lässt uns ein bisschen auf dem Bild, das ist ja auch nicht so schlimm. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Okay, keine Chance. Gleich steh ich die Nase. So, GIFs. Fertig. Mal sehen, was ihr davon dann sehen könnt bei Instagram. Ja, und jetzt gehen wir erstmal schon was essen. Ich bin nicht Hunger. Aha, was macht ihr da? Fuck voll. Erstmal ist genug. Das ist das richtige Bolli-Begang. Gerne. So nämlich. Jetzt kommen wir gleich in eine Packung. Schinken auch. Drei rohe Eier. Reiner mit. Sagst du noch was? Keke? Mund voll. Guten Nacht, wir essen jetzt. Tschüss. Guten Morgen. Wir fahren jetzt gleich zur Location und machen ein Fotoshooting. Demnach, ja, mach ich mich grad ein bisschen fertig, aber dort eben noch fertig zurecht gemacht. Tschüss! prepared? Ready? Es ist möglich, dass du siehst. Okay, ja, ja, sicher. Ich werde vielleicht starten mit der Gesichter und dann können wir weitergehen. Aber das war schon lange, also... Ja, ich verstehe, ich verstehe. Es geht meistens in die Hosen. Vor allem sind wir Kekes. Spaß beiseite. Und hier werden dann die Sachen aufgenommen. Ich denke, wir haben diese Sachen. Ja, das ist cute. Ich liebe es. Sie kann bei allem. Es ist immer schön. Ja, es ist immer schön. Es ist immer schön. Würdest du so etwas weisen? Ja. Ich mag die Karte. Aber ich würde es kämpfen. Wir versuchen es. Ja, sicher. Ja, ich warte jetzt, bis ich dran bin. Kannst du auch diese Flagge machen? Dragon Flag, aber hier eine Flagge nicht. Ich weiß nicht. Was ist Dragon Flag? Dragon Flag ist quasi im Liegen. Wenn du dich mit den Händen festhältst und dann hängst du bei Fallwerfen. Kannst du alles halten. Bist du immer so fröhlich beim Laufen? Ja. Wenn du mal kurz bist, dann bleibst du komplett in zwischen sie. Vielleicht, ja. Vielleicht in den Front auf diesem ein bisschen. Sonst mit dem Rock. Und ich vermute dir, einen Schluch zu stellen. Die Ryan sind alle Dinge zusammen. Okay, das ist eine schöne Idee. Hatchelief. Keklip, du kannst einen kleinen Schritt nach links nehmen. Und Anna, du kannst die Gap ein bisschen öffnen. 3, 2, 1, Aktion! Ein Schritt. Schön. Nein, nicht schön. Robin, versuch mal, dass du ziemlich nahe zu Dennis auf den Schultern steckst. So, wir haben jetzt ein bisschen geshootet. Ich habe zumindest den ersten Teil Produktplacing schon gemacht. Und Team-Shooting. Und gleich nehmen wir noch ein kleines Workout auf. Und dann sind wir, glaube ich, grob durch. Marcel hat schon verraten heute Abend, sobald gibt es eine Überraschung für uns. Da sind wir schon ganz gespannt. Und danach geht es noch dick Sushi essen. Tough days. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier. So nämlich. Es wird jetzt eine Minute. Ja. Und es ist wie Rotten-Eiscreme. Es ist alles so schade. Es ist so schade. Ja, ist okay. Wow! Die Tourmila ist so schade hier. Okay. 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 So. Wir haben eben etwas cooles aufgenommen. Einmal Flying Push Up. So ein paar Mal. Und vorher durfte ich noch mit der Protein Cream Pancakes zu Hause kleckern. Und Brot. Und jetzt natürlich Essen. Und Eis. Also alles natürlich Foodspin Produkte. Und jetzt werden wir noch ein helles Workout aufnehmen für Jiffi. Ich habe genasht und ein Safe-Porn ist auch drauf. Und jetzt habe ich hier ein Fleck. Jetzt muss ich eben schauen. Das ist schon was anderes anziehen kann. Ja. Irgendwas. Ähm. Auch eine Bewegung einfach. Weißt du. Was so ein bisschen. Nicht ein bisschen. Sondern sehr energievoll aussieht. So. Workout aufgenommen. Alles durch. Hier bei Foodspring. Jetzt haben wir eine Überraschung. Von der ich auch noch keine Ahnung habe, was zu überraschen ist. Was machst du da? Ich gucke nur, was die so haben. Wir sind am Flughafen in Berlin. Wer hätte das gedacht. Und wir kriegen jetzt einen Heli-Flug über Berlin. Wir freuen uns. Mega. Und was ist das da? Das ist meine neue GoPro. Oder unsere. Mal ausprobieren. Ausprobieren. Ciao. Da können wir nicht rein. Ciao. Okay. Ähm. Have fun. Danke. Hey. War cool. War cool. Aber die Katrin wurde wieder müde. Du bist eingeschlafen. Da sind wir wieder. Wir gehen jetzt Abend essen. Es gibt Sushi. Lasst euch überraschen, wie es aussieht. Wir gehen jetzt auf. Auch noch. Schnellen. Du bist in das Internet. Mannimischo. 어�ist euch vielleicht gut ist. Oder wir gehen mir auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017